In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit dem Grundlinienraster arbeitet. Zuerst gehe ich unter Ansicht und überprüfe, ob mein Haken hier bei Grundlinienraster einblenden aktiv ist. Dann nehme ich meine Hilfslinien raus, in meinem Fall, die Seitenränder blende ich aus und die Spaltenhilfslinien auch noch. Nun konzentriere ich mich auf den Grundlinienraster. Hier oben habe ich die Möglichkeit, den Assistenten für den Grundlinienraster einzublenden. Ich aktiviere den Grundlinienraster und man sieht sofort, was passiert, wenn man auf die Textboxe achtet. Hier habe ich die Möglichkeit, die Startposition zu ändern, gehe wieder Retour auf 0. Habe die Möglichkeit, relativ zu oben in der Layoutseite, Oberkante der Seite oder oberer Rand, wenn ich mit Rändern arbeite. Hier habe ich die Möglichkeit, den Rasterabstand anzupassen, vergrössere den mal. Man sieht sofort, was passiert rechts und verkleinere ihn wieder. Dann habe ich die Möglichkeit, die Farbe des Grundlinienrasters zu ändern. Gehe zum Beispiel auf Gold, gehe wieder zurück auf Blau. Ich kann auch die Deckkraft des Grundlinienrasters verändern. Hier kann ich sagen, Grundlinienraster einblenden oder nicht. Und auch die Darstellungsgrenze verändern. In meinem Fall lasse ich meistens 10%. Hier hätte ich aber die anderen Möglichkeiten. Nun schliesse ich es wieder und ich zeige euch noch etwas anderes. Dann nehme ich mein Zoom-Werkzeug, vergrössere meinen Text. Mit meinem Verschieben-Werkzeug wähle ich meine Textbox an und gehe hier oben unter Textrahmen. Sobald ich diese Optionen offen habe, vergrössere ich mein Fenster. Denn ganz unten habe ich die Möglichkeit zu sagen, Grundlinienraster verwenden. Sobald ich diese Box hier im Textrahmen anwähle, überschreibe dieser Grundlinienraster innerhalb des Textrahmens den Grundlinienraster des Dokuments. Auch hier kann ich die Startposition ändern, Relativ zu ändern und natürlich den Rasterabstand. Hier oben habe ich die Möglichkeit, den Grundlinienraster zu ignorieren. Dann werden sämtliche Grundlinienraster ignoriert, nämlich den Grundlinienraster des Textrahmens und den Grundlinienraster des Dokuments. Und ich kann meinen Textrahmen herumschieben, so wie es mir gefällt. Dies sind die drei Optionen, die du hast. Den Grundlinienraster des Dokuments, den Grundlinienraster des Textrahmens oder du sagst Grundlinienraster ignorieren und du kannst deinen Textrahmen herumschieben, so wie du möchtest. Das ist die Grundlinienraster des Dokuments, den Grundlinienraster des Dokuments und den Grundlinienraster des Dokuments.